Die Kantenfräse GKF 600 Professional ist eine kompakte und leistungsstarke Fräse. Durch die sehr kompakte Bauform ermöglicht sie einhändige Führung, speziell für die Kantenbearbeitung. Im heutigen Video möchten wir die ersten Fräsversuche mit der Kantenfräse vornehmen. Die Kantenfräse Bosch GKF 600 Unboxing Die Bosch GKF 600 Kantenfräse wird in einem stabilen Transportkoffer geliefert. Hier sehen wir den Oberfräsenvorsatz 260 8334, der als Zubehör erhältlich ist. Wenn wir den Koffer öffnen, können wir die umfangreiche Bedienungsanleitung entnehmen. Dann sehen wir die Fräse mit langem Netzkabel, den Parallelanschlag und diverse Zubehörteile. Der Fräskorb ist vormontiert. Fräser sind nicht inklusive. Der Parallelanschlag für präzises Nutfräsen Eine Führungshilfe für weitere Fräsarbeiten Der Fräskorb Um den Fräskorb demontieren zu können, muss zuerst der Spannhebel geöffnet werden. Dann kann der Fräskorb herausgedreht werden. Oberfräsenvorsatz 260 8334 Dieser Winkelfräskorb ist nur als Zubehör erhältlich. Im Gegensatz zum Fräskorb, der mitgeliefert wird, kann mit diesem Fräskorb die Fräse abgewinkelt werden. Schräg laufende Nuten oder abgewinkelte Kanten sind mit diesem Fräskorb kein Problem mehr. Einsetzen des Fräsers Um einen Fräser einzusetzen, muss die rote Arretiertaste gedrückt werden. Damit blockiert der Fräser und die Überwurfmutter kann festgezogen werden. Dann kann der Fräskorb wieder aufgesetzt werden. Die Tiefeneinstellung Zuerst wird die Fräse grob in den Fräskorb eingeführt. Anhand der Skala kann die Tiefe abgelesen werden. Über ein seitliches Stellrad kann dann eine Feinjustierung zur präzisen Frästiefe erfolgen. Würden wir die Kantenfräse Bosch GKF 600 wieder kaufen? Die GKF 600 hat nur 600 Watt. Trotzdem ist die Kantenfräse sehr leistungsstark. Durch das geringe Gewicht von nur 1,5 Kilogramm ist sie sehr leicht und praktisch in der Handhabung. Das Netzkabel ist ausreichend lang. Der angewinkelte Kabelausgang an der Rückseite der GKF 600 sorgt dafür, dass das Kabel beim Arbeiten nicht stört. Die Fräse lässt sich gutmütig führen. Das Fräsen macht Spaß. Sicherlich kommt die Fräse an ihre Grenzen. Doch im Heimbereich kann man diese Kantenfräse durchaus empfehlen. Der angewinkelte Kabelausgang an der Rückseite der GKF 600 sorgt dafür, dass das Kabel beim Arbeiten nicht stört. Der angewinkelte Kabelausgang an der Rückseite der GKF 600 sorgt dafür, dass das Kabel beim Arbeiten nicht stört. Der angewinkelte Kabelausgang an der Rückseite der GKF 500 sorgt dafür, dass das Kabel beim Arbeiten nicht stört. Vielen Dank.